Oh Brigitte danke für diese Äpfel, die wir zum Verspeisen benötigen. Und danke an Jesus. Der Fingerabdrucksensor von einem iPhone funktioniert auch bei Katzenpfoten. Das wird die neue YouTube-Challenge. Ja, meine Meinung wäre, pass sie nochmal rein, vergewaltige sie und steck ihr komplett die Faust in die Vagina wie ein wahrer Gentleman. Julia, weiblich 19. Nach dem Sex und meinen Freund fließt sie sammelses Fett wieder aus meiner Scheide raus. Ist das normal? Ich möchte mit Dominik meine Kinder haben. Ich habe soeben die grausame, ekelhafte Nachricht erhalten. Er hat sich wieder ausgezogen. Ja, du riechst jetzt mit deinem Geschenk um. Okay. Hä? Blo? Hä? 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 So denke ich mir das auch immer, wenn ich ins Glas schaue. was ist grün behindert so kann fliegen los mutter was ist der unterschied zwischen liebe wahre liebe und überextriebene liebe blasen schlucken nur unter diesem strauch hatte ich meinen ersten geschlechtsverkehr erzählt frank mit verklärten blick und stell dir vor ihre eltern haben und sogar zugeschaut unglaublich was haben die die denn dazu gesagt lieber 6 der lotto als sex mit otto anscheinend müssen wir das jetzt macht er gibt es sonst keine ruhe und redet sonst immer wegen zum hitler anführer in wien sind einige ampel bei dem schweißgeruch von glücklichen männern ich warte inzwischen bei levi curve zu hause hallo leute ja das hier ist jetzt wie es aussieht unser kanal trailer da einmal ein fettes dankeschön an den nick also ihr kennt den nick ja das ist der reatz zu aber ja ist geil geworden also danke an ihn schaut auf jeden fall bei ihm vorbei link ist natürlich in der beschreibung vielleicht auch jetzt im bild irgendwo gerade mal schauen ja dann ciao leute